Und damit ein herzliches Hallöchen und Willkommen hier bei RAND. Mein Name ist Koya und ich möchte euch mal einen kleinen ersten Einblick in das neue Survival Game geben. Ein Preview-Video, hierzu hatte ich ja bereits gemacht mit vielen Informationen rund um die Features vom Spiel. Heute schauen wir uns das erste Mal ein bisschen Gameplay an. Vorweg aber ein paar Informationen für euch zum Community-Server, den wir hier an den Start bringen werden. Dank G-Portal.com, unser langjähriger Partner mittlerweile hier, für unsere ganzen Community-Server, die wir bereits hatten. Vielen Dank an dieser Stelle an G-Portal und falls ihr euren eigenen Server wollt, riecht ihr unten über den Link mit 5% Rabatt eben bei G-Portal. Seid ihr gut aufgehoben? So, und wir schauen uns das mal an. Heute Abend um 20 Uhr gibt es einen Livestream auf twitch.tv slash Koya Let's Play. Und dort wollen wir unseren Community-Server zum einen einweihen, zum anderen aber auch ausgiebig testen, was RAND zu bieten hat. Dafür sind die Werte auf Anschlag gedreht quasi. Natürlich nicht ganz so extrem, aber schon sehr deutlich hoch gedreht. Wir können schneller Ressourcen sammeln, wir bekommen schneller XP, wir machen ein bisschen mehr Schaden an Tieren, sodass wir besser jagen können. Wir können mehr tragen und somit bekommen wir hoffentlich einen relativ schnellen Fortschritt und können das Spiel noch austesten für alle, die eben auch Alpha-Zugang haben. Auf randgame.com könnt ihr euch noch für die Alpha registrieren. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr bis heute Abend noch einen Zugang. Ansonsten hoffe ich, dass einige von euch bereits Alpha-Spieler sind und eben mitmachen können. Wie findet ihr den Server? Ganz einfach. Über Find Server. Dann allerdings taucht er noch nicht in der Liste auf, standardmäßig. Ihr müsst hier unten auf Filter gehen und Passwort Protected anklicken. Dann steht da oben Koya Live, twitch.tv slash Koya Let's Play. Da habt ihr auch nochmal die URL zum Livestream. Und dort gebt ihr dann das Passwort an, welches ich im Livestream bekannt geben werde. Dann könnt ihr entsprechend auf den Server joinen und heute Abend mitzocken und die Gegnerfraktionen füllen. Wir werden zu viert spielen als Let's Player und eine der Fraktionen besetzen. Und selbstverständlich könnt ihr dann in die Gegnerfraktionen und schauen. Vielleicht kriegen wir heute schon ein paar PvP-Kämpfe. Ansonsten ist bis zum 31.07. noch Zeit. Bis dahin läuft quasi die Testphase für unseren Server. Am 31.07. erscheint dann RAND offiziell auf Steam im Early Access. Für ungefähr 30 Euro wird es zu haben sein. Vielleicht so wieder wie damals auch bei ARK, so 27 Euro irgendwas. Und dann werden wir richtig loslegen. Das ist jetzt also eine große Testrunde mit viel Spaß und allerlei Ausprobiererei, die wir da machen werden. Und richtig los geht es dann am 31. Entschuldigung, am Dienstag, dem 31. Juli. Dann werden wir einen 15 Slot-Server am Start haben. Fünf Personen werden im Let's Player Team sein. Das werden Coach, das werden Hippo, Sunny, Xa und... Nee, nicht Coach. Ich rede Schwachsinn. Coach ausgerechnet nicht. Mensch, der ist Inventar, der Coach. Deshalb zähle ich ihn da immer mit. Aber nee, bei RAND hatte er tatsächlich keine Lust drauf. Also, aber die anderen genannten Hippo, Xa, Sunny, Matze und meine einer. Dann sind wir bei fünf. Ja, ich kam nämlich gerade auf sechs irgendwie. Das war dann doch ein bisschen schwierig. Und wir werden eine Fraktion stellen somit mit fünf Personen. Und zwei andere Fraktionen, ah, fünf Personen, werden dann offen sein für euch immer wieder zum Mitzocken. Das heißt, dann machen wir Livestreams und ihr tretet dann in diesen Fraktionen gegeneinander an. Und das dürfte, glaube ich, ziemlich spaßig werden. Also, Community-Server geht dann an den Start. Und falls ihr einen permanenten Server wollt, denn unserer wird immer nur zu den Livestreams online sein. Falls ihr einen permanenten Server wollt und mit der Community zusammen zocken wollt, kommt auf unseren Discord. Den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr dort mit anderen zusammen einfach euch selbst einen Server aufbauen. Bei G-Portal kostet ja nicht so viel. Und dann könnt ihr da so viele Slots machen und die Einstellung so machen, wie ihr wollt. Und den permanent laufen lassen und ordentlich RAND zocken auf dem Weg nach Valhalla. So, wir scheunen mal kurz. Und dann würde ich sagen, das sollte so ein kleines Infovideo sein, welches ich vorab schicken wollte. Wir scheunen dann jetzt hier, oder ich scheune jetzt hier gleich. Das als Information eben für den heutigen Livestream und für die Testphase und unseren Community-Server, was da kommen mag. Ich werde jetzt hier gleich dann noch eine kleine weitere Folge online bringen. Ich trenne das aber, glaube ich, weil es thematisch einfach nicht so ganz zusammenpasst. Wo ich die ersten Schritte von RAND einmal zeige und euch vorstelle, sodass ihr, wenn ihr heute Abend reinkommt, vielleicht schon mal so wenigstens ganz grob wisst, um was es geht. Und solltet ihr heute frisch bei der Alpha eben euch registrieren und reinkommen, dann nicht ganz bei Null vielleicht starten müsst. Also, so die allerersten Schritte von RAND, die kommen dann gleich noch in einem separaten Video. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Livestream, 20 Uhr, twitch.tv slash koja let's play. Ich hoffe, viele von euch haben einen Alpha-Zugang und können mitzocken. Ansonsten machen wir den Server vielleicht auch einfach so auf, ohne Passwort, und schauen, wer kommt, sodass wir vielleicht ein paar Gegenspiele haben. Auf jeden Fall wird es spannend, dieses Spiel zu erkunden. Ich hoffe, ihr seid ebenso gehypt wie ich quasi. Und dann sehen wir uns heute. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und dann sehen wir uns heute.